Ich lebe ohne Herz zu lieben und habe nie ein Rundervoß. Ich gehe höchstens mit den Eltern, ein Stück spazieren ab und zu. Mein Vater sagt, das muss so bleiben und dafür schenkt er mir Konfekt. Doch neulich platzte mir der Kragen, weil mir Konfekt nun mal nicht schmeckt. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssst und um den Finger wickeln kann. Ich hatte neulich gerade Geburtstag und diesen Tag vergesse ich nie. Denn alle Tanten und Verwandten, die waren mir von der Partie. Sie brachten Hosen und Narzissen und Schokolade zählend war schwer. Er hat mich plötzlich fortgerissen und schrie, ich will das Zeug nicht mehr. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will ein Mann, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Ich kaufte Sonntag auf dem Rummen, für 20 Pfennig bin los. Ich hab auch wirklich was gewonnen. Die Enttäuschung über Gott. Denn ich gewann nur ein Teddy aus Schokolade und Marzipan. Den schmiss ich wütend in die Menge und schrie den Losvergäufer ab. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Au!